Hi Leute, wir bauen heute ein Trainingsgerät und ich bin auch schon in meinem Trainingsoutfit. Warum ist eine lange Geschichte, Wette verloren, so weiter erzähle ich euch später. Aber das hier ist eine ziemlich coole Nummer, denn früher bin ich tatsächlich viel surfen gewesen und da stehen diese Balanceboards, so nennt man die Dinger, überall rum. Denn die sind total gut, um die Balance zu trainieren. Also sind total gut zum Surfen, zum Skateboard fahren, zum Longboard fahren. Und normalerweise sind die extrem teuer und wir bauen das heute richtig günstig nach. Und wie immer machen wir das Ganze Schritt für Schritt und wir starten mit den Materialien. Also wir brauchen ein Brett, wir brauchen so Türstopper samt passenden Schrauben. Wir brauchen ein bisschen doppelseitiges Klebeband. Wir brauchen ein Abflussrohr und noch so eine Korkplatte. Das ist so was, was man unter den Boden zum Beispiel tut, um das gegen Trittschall zu dämmen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug. Als Werkzeug brauchen wir Schleifpapier, Cuttermesser, Bohrer, eine Stichsäge, einen Zollstock, ein paar Stifte und natürlich auch noch was, um die Schrauben reinschrauben können. Im ersten Schritt müssen wir unser Brett vorbereiten und dazu zeichnen wir uns erstmal eine Form an. Da könnt ihr natürlich total kreativ sein. Wichtig ist, dass es nicht zu spitz ist, weil sonst könnt ihr euch damit verletzen. Und außerdem müssen ja noch diese Türstopper da dran. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Tricks, wie das Ganze sehr, sehr gut wird. Und zwar erstmal müsst ihr euch die Mitte von eurem Brett markieren. Also einmal kurz ausmessen. Das Brett ist 20 Zentimeter breit, also die Mitte bei 10 einmal markieren. Das gleiche machen wir hier hinten nochmal. Und jetzt können wir einmal in der Mitte einen Strich ziehen. Und jetzt müssen wir hier irgendwie eine Form reinbringen und deswegen, schauen wir uns mal ganz kurz, checkt den Heck an. Und zwar habe ich hier so ein bisschen Pappe und das ist super, weil wir wollen ja, dass unsere beiden Seiten gleich werden. Das heißt, ich lege die Pappe jetzt mal hier so an und male mal so eine Form vor, die ich ganz gut finde. Ich komme ja vom Surfen, deswegen würde ich gerne so eine Surfbrettform haben. Also einmal hier vorne so diese Rundung und hier hinten die Finnen, die machen wir so ein bisschen so Haifisch mäßig. Hier ist die Mitte. Und jetzt können wir einmal hingehen und das Ganze ausschneiden. So, jetzt haben wir hier eine wunderbare Schablone, die wir hier anlegen können, mit der wir dann unsere schöne runde Form einmal nachziehen können. Das können wir halt perfekterweise dann auf der anderen Seite genau umgekehrt machen, also spiegelverkehrt. Und dann wird unser Brett schön gleichmäßig. Das gleiche machen wir jetzt nochmal hinten. Und damit ihr das jetzt auch sehen könnt und ich vor allen Dingen das nachher mit der Säge auch richtig gut verfolgen kann, mache ich das Ganze jetzt nochmal in rot. So, ich habe meine Markierungen gesetzt und jetzt säge ich das Ganze aus, deswegen mache ich das einmal hier mit Klemmen am Tisch fest. Ich habe nur noch eine Klemmen. Irgendwer klaut hier immer meine Klemmen. Moritz, du bist ganz schön in der Klemmen jetzt. Ganz wichtig übrigens, wenn ihr mit einer Stichsäge arbeitet, auf jeden Fall die Bänder von eurem Pulli reinmachen, dass sie sich da nicht verhaken. So, jetzt brauchen wir unsere Stichsäge. Mal ganz kurz eine Mini-Gerätekunde, weil es ist echt wichtig, dass man weiß, wie das Gerät funktioniert. Also, hier ist so ein Einsteller und so eine Säge, die funktioniert wie so ein Pendel. Also, wenn ich das hier auf Null stelle, dann geht das einfach nur rauf und runter. Wenn ich das jetzt aber hier so höher stelle, dann ist das halt mehr diese Pendelbewegung. Das heißt, es geht nach unten, nach vorne und zurück. Und wichtig ist, dass wenn ihr besonders harte Materialien, wie zum Beispiel Metall oder sowas sägen wollt, dann müsst ihr das möglichst weit unten haben, also auf Null am besten stellen. Und bei Holz, was halt deutlich weicher ist, da könnt ihr das auch ein bisschen nach oben stellen, dann hat es halt mehr diese Pendelbewegung, ihr kommt schneller durch. Außerdem noch eine zweite Sache, die wichtig ist, bei diesen Sägeblättern. Da gibt es einmal Sägeblätter, die nach oben zeigen und einmal welche, die nach unten zeigen. Das ist einfach dafür wichtig, in welche Richtung das Holz ausbricht. So, und ich glaube, mit dem Wissen und dem Wissen, dass wir vorsichtig sind mit diesen Geräten, können wir anfangen. Los geht's! Boah, das sieht schon richtig schön aus. Bumm! Das sieht schon richtig schön aus und es fühlt sich auch gut an. Holz ist einfach ein wunderbares Material. Nice! So, und das Gleiche machen wir jetzt noch auf der Rückseite. So, also bevor ich jetzt das Letzte noch säge, mir wurde tatsächlich gerade wichtigerweise gesagt, warum trage ich denn keine Schutzbrille? Also ich habe eine Brille auf, aber normalerweise trägt man, wenn man mit Holz arbeitet, halt so eine Schutzbrille. Das ist jetzt im Endeffekt genauso eine Brille, wie ich die auch auf habe. Deswegen trage ich jetzt keine. Und wenn ihr mit Metall arbeitet, dann reicht so eine Brille auf jeden Fall nicht. Dann braucht ihr wirklich so eine Schutzbrille, die halt auch gegen diese Metallspäne hilft. Ganz, ganz wichtig, Arbeitssicherheit geht auf jeden Fall immer vor. So, und dann geht's weiter. Auch hier wieder abschleifen. So, okay, das fühlt sich jetzt auf jeden Fall schon mal ziemlich gut an. Und ganz kurz zum Schmirgelpapier. Also ich habe jetzt so 60er Schmirgelpapier genommen. Das ist relativ grob. Diese 60 steht übrigens dafür, dass 60 von diesen Körnchen auf einmal 1 Zoll sind. Also es geht darum, wie viele Körnchen da sind. Und irgendwie so 120er Papier sind halt doppelt so viele Körnchen auf der gleichen Fläche. Und deswegen ist es halt deutlich feiner. Naja, aber wie gesagt, also für das hier reicht auf jeden Fall so ein bisschen Gröberes. Dann kriegt man auch so kleine Unebenheiten weg. Im zweiten Schritt machen wir jetzt unsere Türstopper hier dran. Zum einen natürlich, damit der Boden nicht kaputt geht. Aber auch, damit wir halt nicht wegrutschen und uns voll auf die Nase legen. Und die machen wir möglichst weit vorne dran. Einfach hier mit Schrauben festziehen. Aber natürlich darauf achten, dass die Schrauben nicht vorne wieder durchkommen. Sonst wird das unangenehm. Das sieht doch schon wirklich so ein bisschen wie so ein kleines Surfbrett aus. Mal sehen, ob mich das auch aushält. Ja, das hält auf jeden Fall. Und im nächsten Schritt bauen wir jetzt noch die Röhre, die da drunter kommt. Weil sonst können wir damit nicht balancieren. So, jetzt müssen wir unser Rohr vorbereiten. Und dafür gibt es wieder ein Check den Hack. Und für den Hack brauchen wir doppelseitiges Klebeband. Aber nicht so, wie ihr denkt. Also ich nehme mir jetzt so einen Streifen. Aber für mich ist jetzt das Interessante tatsächlich nicht das Klebende. Sondern diese Schutzfolie obendrauf. Die nehme ich mir. So. Und jetzt muss ich ja dafür sorgen, dass ich einmal gerade mein Rohr durchtrenne. Was gar nicht so leicht ist, wie man denkt. Und da nehme ich diese Hülle vom doppelseitigen Klebeband. Und wenn ich die jetzt hier aufeinander lege. Also so, dass das hier aufeinander ist. Dann schaffe ich es perfekt einen Kreis zu sägen. Das mache ich einmal. So. Jetzt ist das auf jeden Fall ein guter Kreis. Und jetzt kann ich einmal mit dem Marker meine Markierung für die Säge hier anzeichnen. So. Hier ist mir schon ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe das zu nah an die Seite gemacht. Hier kann ich die Säge so schlecht anlegen. Also jetzt mache ich nochmal einen Strich hier. Und wie gesagt, also durch dieses doppelseitige Klebeband kann ich hier wunderbar das Rohr markieren. So, dass ich einen geraden Schnitt nachher habe. Zack. Jetzt ist das hier fertig. Ich habe das übrigens die ganze Zeit festgehalten. Ihr könnt das natürlich auch mit Kreppband fixieren. Aber jetzt haben wir hier eine wunderbare Linie, an der wir gleich entlang sägen können. Und damit wir das machen können, müssen wir uns erstmal so ein Loch da reinbohren, damit wir mit der Stichsäge da reinkommen. Und da kommt jetzt unser großer Bohrer ins Spiel. So, und ich bohre jetzt hier mit einem 10 mm Steinbohrer rein. Wie gesagt, hier am Rand, so dass ich nicht irgendwie nachher ein Loch da zu sehen habe. Und wichtig ist jetzt, dass sie gut drauf drückt, dass er sich so ein bisschen da reinstanzt. Und dann langsam anfangen zu bohren. Zack, sind wir durch. Und jetzt können wir hier mit der Stichsäge ansetzen. Natürlich denkt dran, ne, Schutzbrille an, wenn ihr sägt. Ich habe mir meine immer auf. So, und jetzt sägen wir hier einmal vorsichtig am Rohr entlang. So, und zack. Durch unseren Trick haben wir einen ziemlich geraden Schnitt bekommen. Man kann jetzt hier nochmal mit Schleifpapier so ein bisschen dafür sorgen, dass das wirklich gerade ist und vernünftig aussieht. So, ich räume jetzt mal wieder meinen Kram zur Seite. Denn es geht weiter mit dem nächsten Schritt. Und jetzt gehe ich hin und nehme dieses doppelseitige Klebeband oder man nennt das auch Teppichkleber und mache das einmal außen an unserem Rohr fest. Also einmal hier außen dran. Das hat einmal den Vorteil, das ist ein sehr, sehr gut klebendes Band. Das heißt, damit können wir gleich gut unseren Kork festmachen. Und es ist halt doppelseitig klebend. Also man kann es auf beiden Seiten kleben. Und das ist auch sehr praktisch für das, was wir vorhaben. Am Ende bleibt ja hier so ein kleiner Spalt offen. Und den müssen wir natürlich auch bekleben. Deswegen ziehen wir das einmal auf der einen Seite hier ab und überlappen das jetzt so ein kleines bisschen. So, dass wirklich danach alles mit diesem doppelseitigen Klebeband voll ist. Denn es muss nachher wirklich gut halten, weil wir wollen ja draufsteigen und es darf natürlich kein Unfall passieren. Jetzt nehmen wir schon mal unseren Kork hier, legen uns den parat und können jetzt hier schon mal die ersten Schichten abziehen. Jetzt habe ich hier schon mal ordentlich was abgemacht und jetzt kann man schon mal anfangen, das hier so am Rand, aber wirklich am Rand, auch zu kleben. Dann kann man das einfach so aufrollen. Dann muss man natürlich hier immer wieder die Schutzfolie entfernen. So, okay, jetzt habe ich das hier abgeklebt. Jetzt rolle ich das weiter auf. Und jetzt kommt ja hier das letzte Stück. Und hier muss ich jetzt einmal hingehen und mit dem Cuttermesser da, wo es sich halt überlappt, abschneiden. So, jetzt schneiden wir das hier hinten noch ab. So, und jetzt machen wir das hier noch ein bisschen feiner, weil das ist jetzt noch nicht so ganz gerade. Das ist so ein bisschen tricky, also da muss man ein bisschen rumprobieren, so dass man das wirklich schön gerade einmal abschneidet. Und hier so eine Mini-Lücke ist, ist das nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben nicht diesen Überlapp, der dafür sorgt, dass das nachher nicht richtig rollen kann. Das sieht doch schon mal gut aus. So, fertig ist unser Balance-Board. Und so kann ich das leicht drauf balancieren. Und das mache ich auch. Und dann trete ich ja in der Challenge gegen euch an. Aber dafür mache ich mich mal ganz kurz schön. So, ich bin bereit für den großen Test. Und ich weiß nicht, was ich dem Regisseur getan habe, aber irgendwie meinte er, ich muss unbedingt dieses Outfit anziehen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe gehört, dass das wieder in ist. Aber eigentlich geht es ja darum, das Balance-Board zu testen. Und ich mache jetzt eine kleine Challenge. Und zwar versuche ich, so lange wie möglich da drauf zu bleiben. Ihr könnt das Ganze auch machen. Und mal sehen, ob ihr meine Zeit schlagt. Also, es geht los in 3, 2, 1. Früher, ich war früher viel surfen und da standen diese Boards überall rum. Weil die sind total gut, um die Balance zu trainieren. Und normalerweise kosten diese Teile richtig viel Geld. Aber wir haben das jetzt für 4 Euro oder sowas gebaut. Was war die Zeit? 16,4. Okay, 16,4 Sekunden. Das müsst ihr jetzt schlagen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das geschafft habt. Und wie gesagt, dieses Board, ich finde das total geil. Ich bin, glaube ich, ich war noch nie so sehr begeistert, glaube ich, von was man gebaut hat. Weil zum einen ist es halt super günstig. Normalerweise sind alle Dinge, die mit Surfen, Longboarden und so zu tun haben, halt immer extrem teuer. Das hier hat jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Euro gekostet. Also richtig wenig Geld. Und das ist eine total gute Sache, weil man trainiert hier die Balance. Man trainiert die inneren Muskeln. Das ist halt gut zum Surfen, zum Longboarden, Skateboarden und natürlich auch für die Gesundheit. Außerdem ist das Ganze unik. Niemand hat so ein Board, wie wir das hier haben. Und durch die Stopper ist das halt auch kein Problem für den Boden oder so. Man kann das zu Hause machen. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das auch so gefallen hat. Und vielleicht habt ihr auch Verbesserungsvorschläge. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut im anderen Video vorbei. Denn mit Kyla Scheiks, mit Simon Will, mit Julia und Moritz habe ich ein XXL-Parcours gebaut. Und natürlich sind wir da gegeneinander angetreten. War eine ziemlich wilde Nummer. Also schaut euch das auf jeden Fall an. Und ich sage bis nächste Woche. Euer Jakob. Ich sage bis nächste Woche.